Ihr mögt Pfeil und Bogen, wie? Ich verlasse mich lieber auf mein Schwert. Ja, da haben wir keine Rüstung. Sieht zwar schön aus, aber keine Rüstung. Deswegen ziehen wir uns was anderes wieder an, bis wir uns was Neues basteln können. So. So, komplett haben wir Hände, Arme, gut. Wir wollten zurück nach Falken ringen. Karte. Wir machen eine Schnellreise nach Hausseblick. Können wir eigentlich uns hier Holz tiefern lassen? Fremde sehen wir hier in Flusswald nicht oft. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Habt ihr hier in Flusswald was zu erledigen, hä? Äh, ich würde gehen. Fleißig an Bauen, wie? Ja. Wir können es euch überall hinliefern. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig an Bauen, wie? Ja. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig an Bauen, wie? Ja. Wenn ihr das nötige Kleingeld habt, können wir ins Geschäft kommen. Okay, habe ich nicht. Äh, wir gehen mal im Zug nach Hausseblick. Ich weiß. Nein. So. Von dort aus laufen wir dann nach Falken ringen. Wir sind ja eigentlich nur wegen dem Outfit. Und hier hin. Ja. Gut. Können wir eigentlich noch was bauen jetzt? Den Ton fertig machen? Was brauchen wir für das Fundament? Acht Buchsteine. Da haben wir noch Buchsteine hier drin. Oh. Okay, Buchsteine. Kann man auch hier machen. Dann können wir das Verzauberungsfundament mal machen. Okay. Nur ein Vogel, nur ein Vogel. Okay, das reicht. Ja. Ja. Hauptstützen. Oh, wir haben zehn Nägel. Nägel haben wir auch noch. Ja, jetzt fange ich wieder an zu bauen. Äh, zwölf Liebe, drei Leben. Okay. Nehmen Handel. Ähm. Ähm. Jetzt brauche ich Eisen. Um, um eben Nebel zu machen. Gut. Dann haben wir das nämlich fertig. So, dann ist der Verzauberungsturm fertig. Der dann da steht. Oh, ich will jetzt zwei Türme haben. Es geht. Ähm. Da wollte ich noch eine Weite ausflügel. Ja. Okay. Türen. Schloss. Sechs Scharniere. Haben wir das? Vier Scharniere. Zwei kann man herstellen. Und für Schloss? Was brauchen wir denn da? Ja. Schloss Gründung bauen. Haben wir auch nicht. Nein. Okay. Äh. Was brauchen wir noch? Drei Eisenbeschläge. Okay. Was denn noch? Drei Schloss. Oh, drei. Zwei. Da brauchen wir Bruchsteine. Ich habe keinen mehr, oder? Doch. Haben wir. Reicht der? Ja. Nägel, vier Bruchsteine. Ja, das machen wir jetzt noch fertig. Ich lasse es ruhig angehen. Wer weiß, wann wir wieder hierher kommen. Es gibt nachher bestimmt Action genug. Okay. Das müsste erstmal reichen. Okay. Eisenbeschläge. Nägel, Nägel, Spreere. Da brauchen wir Holz und Eisenbahn. Gut. Fertig, Bruchbau. Einpacken. Okay. Die Kleidung verkaufe ich. Die hat einen guten Wert. Die verkaufen wir. So. Genau. Ach so. Ja. Das heißt für uns, wir werden auf das mal gegenlatschen. So. Alle drei, vier Parts machen. Äh, Karte jetzt erstmal. Damit wir das fertig kriegen. Äh. Die umsetzen, so. Wir laufen. Das heißt, ähm, nein. Die verbotene Legende. Was soll es sein? Verlassen wir das Gefängnis später. Okay, auch später. Das ist aber sowieso später. Ah ja, da war ja noch was. Wer wollte es? Sardias. Aufenthaltsort. Ja, das muss ich noch überlegen. Nordwart. Das ist so verschieden. Oho. Nein. Das machen wir. Okay, dann kann ich nämlich mein Kiong fern. Wieso wird mir das nicht angezeigt, wenn ich da oder mein Gott, so viel? Okay, wahrscheinlich okay. Wieso wird mir das nicht angezeigt? Okay. Okay. Das wird mir auf der Karte nicht angezeigt. Dann mache ich selber. So. Jetzt aber. Pst, in die Richtung. Okay. Ach, die Musik im Hintergrund. So schön. Ja, ich werde mir demnächst auch mal ein neues Mikrofon kaufen. Mal sehen. Dauert aber noch ein Weilchen. Falken, wir kommen. Zwei Spinnen, die sich bekriegen. Ist das eine Höhle? Wir wollen nach Falken rein, ne? Ich hätte gerne Feuer. Flammen? Wo ist denn mein Feuer? Was ist das vielleicht? Hey, du blöde Spinnen. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ach, okay nicht. Bis dann. Bis dann. Ferdepferde. 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 Lecker. Ferdepferde. Soll es irgendeine Höhle geben? Oder drüben. Wahrscheinlich. Ne. Ich bin auf Falkenring. Erstmal. Ferdepferde. Ist das der Weg? Ich weiß es nicht. Ich gehe querfelde an. Und? Gibt es hier wieder was? War mir schon. Wenn man wirklich boll, wäre klar. Glaube ich. Wenn das weiß ist, ist es doch abgeschlossen. Weil da steht zwar nicht abgeschlossen, vielleicht muss man da nochmal hin oder so. Ich weiß nicht, wie ich laufe. Ich laufe einfach. Ich glaube auch sehr falsch. Das fangen wir mich da oben. Nein. Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wo kommen wir denn hier hin, haben wir ja auch schon, ich weiß es nicht mehr, Kiste ich glaube ja. Ja. Geht es hier nach Faltenring? Hallo Vorken. Nein. Ja, ich meine Orientierung wieder. Jetzt müssen wir natürlich. Den Berg um. Aua. Um. Ran. Runden. Nicht umranden. Umranden. Drüsselerei. Disteln. Wofür waren die noch gut? Das ist schon auf Faltenring. Ich glaube ja. Nun gut. Wir sind da. Wir sind da. Für den Hund von Falken. Das machen wir mal weg. Karte. Äh. So. 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 So viel. Genau für den Schmied war das ja. So. 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 So, ihr könntet wohl sagen, dass ich ihm auf die Nerven ging. Ich neige dazu, die Stimme der Vernunft zu spielen und das findet er... lästig. Er konnte mich nicht einfach töten, wisst ihr? Technisch gesehen sind wir ein Teil des anderen, aber er konnte mich aus seinem Reich verbannen. Natürlich ist Wiele wegen unserer Trennung stark geschwächt. Das zielt er wohl für einen geringen Preis dafür, dass er mir nicht mehr zuhören muss. Okay. Ja, laufen die jetzt weiter, oder? Oh, hab ich das jetzt mal nicht mitgenommen, oder hab ich den nicht getötet? Er hält ein bisschen. Okay. Ich folge einfach mal den Weg, ne? Ah, da ist er ja schon. Die zwei kommen auch. Lauf, ich warte nur auf dich. Ah, hier war mir, das ist doch das Dingenshaus. Kiefergenbach, genau. Wo ist er hin? Aber gibt der Gummi. Da ist er. Also, er wartet nicht auf uns. Oh, toll. Ja, dann komm, weiter. War da was? Nein. 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 So schöne Tiere. Ist auch, glaube ich, von einer Mutt. Ähm. Ist in der Beschreibung. Oh Gott. Kann der Hund sterben, wenn wir ihm nicht helfen? Also, wenn er angegriffen wird? Das ist eine Höhle. Ein Wachtturm. Sag mal, wo gehen wir denn hin? Oh. Ja, wo ist der Rucksack schon wieder? Ja. Ja. Ich hätte gern dein Gold und das kannst du behalten. Wo ist denn der Hund hin? Hä? Wo ist denn der? Mist, verdammter. Ah, Helgen. Ich verstehe. So. Du gib mir alles, was da ist. Schwere Lederrucksack. Nein. Ich habe nichts, was mich interessieren könnte. Also, der Hund, der tötet ja alles hier. Äh. Äh. Okay. Was ist irgendwie dahin, oder? Okay, ich sehe her. Nein. 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 Was ist eigentlich? Oh. Danke. Oh. Oh. Hey, kaputt! Komm mal weg! Ja, der ist jetzt eingebackt da. Ach, nee. Kann man den nicht da wegschieben? Das ist ja jetzt voll blöd. Ah, Gott sei Dank. Gut. Ich dachte schon. Nein. Barnabas, es wird dunkel. Mach Sitzplatz. Warte. Warte. Nein. Nein. Okay. Ich würde sagen, ich beende erstmal den Part. Denn es wird dunkel. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentartipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Adios. Bis dahin. Bis dahin.